Hallöchen, ja, Abseilen ist super, Abseilen ist schön, aber nicht alleine, sondern mit euch zusammen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart, vielen Dank für eure Likes, vielen Dank für dein Abo. Wir starten direkt weiter und seilen weiter ab. Denn zu dritt ist Abseilen am schönsten. Ja, wir haben gerade jemanden von der CIA gerettet, beziehungsweise, nee, nicht gerettet, sondern haben Leben gelassen. Oh, 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 das ist mit dir los. Was? Komm mal, was mit euch? Ja, ja, komm. Crazy, crazy, crazy. Aber er hat, ja, gut, wir hätten als erstes nicht geschossen, weil ich ich war. Scheiße. Vielleicht, äh, vielleicht waren sie auch freundlich gesandt. Was schießt du denn eigentlich drauf? Oh, shit. Nein, ich wollte nicht werfen. Mh, übel. Okay, wir haben wieder die M4 hier und die Handgun. Ich finde die Handgun eigentlich ganz geil. Vielleicht könnte ich, nee, an... Okay, aber was sind da unsere... Scheiße. Okay. Okay, shit. Friendly Fire, ja. Klick, sparen wir lieber die M4, dann nehmen wir hier die Handgun. Oh, shit, 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 shit. Boah, die ist echt mächtig. Echt mächtig. Oh, shit. Hey, wie knallen die uns einen den Leuten ab? Boah, das ist okay, oder was? Hey. Boah, übel. Okay. Was ist denn los mit dir? Okay, weiter nach vorne. Ja, das ist geil, das sind nicht hier, ne? Boah, die schießen... Boah, der ist unsterblich, oder was? Was ist los mit ihm? Wie viele Kugeln hält der aus? Jetzt... Ich hab ne Titanic-Jung in meinem Gesicht. Okay, komm, weiter, 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 weiter. Wow. Okay. Man darf hier wirklich nicht hin stürmen. Dann werden wir immer mal ein bisschen konzentrierter wiederbleiben. Entschuldigung. Gut. Gib. Nimm jetzt gleich die Handgun. Alter, die halten echt gut aus, ne? Die Burschens. Oh, jetzt hängt ein Ziel löst abbeknallt, glaube ich. Okay. Okay, krass. Scheiße, echt jetzt ist es mit dir nicht in Ordnung. Oh. Hier, Heilung. Wieso heilt mich ja nicht keiner? Der Erste ist wohl immer der geilste gewesen hier, oder was? Okay. Warte, heiko. Oh, was, Alter. Und sofort tot. Ey, das ist ja echt ein bisschen... Hm. Doch, krasser, als ich... Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Davorne ist Tageslicht. Das ist unser Ausgabe. Kass. Okay, warte. Was? Die 31. Jahr Zivilist-Attacke! Okay, okay, die schießen auf Wartefälle auf uns. Und... Hätte ja sein können, dass ich jetzt irgendwie da... Das jetzt so schwer ist, dass man ja nicht... Und vielleicht auch so durchkommen, ne? Okay. So, nachher an. Aua, 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 aua. Okay. Sorry. Okay. Okay, okay, okay. The next, please. Da. Okay, da sind noch Vaterfälle noch welche. Oh, ich hab keine Muhen mehr. Okay, gehen wir ein bisschen hier rum. Und dann nehmen wir natürlich mal die hier mit. Boah. Stop da! Nein, ich stehe in die Granate rennen, du Idiot! Oh. Okay. Denn, ja, hab ich jetzt keine Ahnung, wie geht's hier noch taktisch, wer da vorgehen soll. Ja, komm. Hab ich und ich im Kopf getroffen. Nein! Die töten uns, wenn wir sie nicht töten. Los, feier! Geh doch mal in den Blick. Okay. Hier ist eine Granate, McLeaner. Okay, sehr gut. Boah. So, vielleicht sollte ich die mal ein bisschen nehmen, hier, oder? Blend grenade. Okay. Warte ich einfach hier, bis sie kommen, oder what? Die beschützene Verstärkung! Ich geh rein! Da kommt einer mit der Schrotflinte! Er ist ungerecht! In Deckung! Alter, krass, was die hier... Scheiße, die Kerle gibt nicht nach! Auf den Weg! Warte die anfangen hier an den Dings. Okay. Der lebt immer noch, Alter, die mit der Schrotflinte sind ja wohl und sterb nicht, oder wie darf ich das verstehen? Hier, Alpha 3! Alpha 2, 2! Hört ihr mich! Hier ist klar, auswählen! Okay, nachladen. Okay. Andere Waffe. Boah, flit! Boah, die geht doch ab! Okay, ich stecke die M4 wieder ein. Und werde jetzt mal ein bisschen Muni einsammeln. Okay, Schrottflinte. Oh, Schrottflinte! Verdammt! Okay, das waren aber die gewesen, oder? Die habe ich nicht abgeknallt. Hä? Okay, der eine geht auf meine Kappe. Habe ich verstanden. Okay, die UMP-45. Das ist schwierig mit der Waffenauswahl hier. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ukranaten. Mitgenommen. Das waren aber die Wesen hier, oder? Das macht man nicht. Frauen und Kinder hört doch. Okay, wir müssen weiter, bevor noch mehr von denen auftauchen. Noch mehr amerikanische Soldaten? Deserteure! Und was machen wir? Wenn wir was tun wollen, müssen wir John Conrad finden. Was bringt das? Du sagst doch, die sind desertiert. Conrad ist zur Pflicht bewusst. Die 33. mag desertiert sein, aber der Colonel hätte da nicht mitgemacht. Ja. Was macht dich so sicher? Weil ich den Mann kenne. Mach das mal auf. Kein Problem. Okay. Dann ist die 33. wohl desertiert, so wie er sagt, und sind böse. Und ach du heiliger Wahnsinn. Und der Conrad ist ja wahrscheinlich eine Geisel oder so, wa? Die 33. treibt Zivilisten zusammen. Wieso? Oh shit. Wir werden alle töten. Wir dürfen das nicht zulassen. Tun wir auch nicht. Dann nichts wie runter da. Tempo. Alles klar, na denn? Viele von euch stellen sich jetzt die gleiche Frage. Warum? Wer spricht da? Ich möchte euch das selber fragen. Da kein Grund für alles. Es erste Waffenstillstand. Ach so, der DJ war? Ihr habt die Schock zu gehen. Öh, ihr hättet schon mal ab und ballert, oder was? Oh krass. Oh jaja. Oh jaja. Oh jaja. Sie bewegt sich. Was ein Granat? Wer war ja grad verstanden? Vorsicht, sie kommen näher. Okay. Der, er war, er war, Freund oder? Boah krass. Okay. Jetzt wird hier echt krass schwierig, muss ich sagen. Oh ja. Ich bin unterwegs. Fuck. Hier, wir müssen also wundern da. Erledigt sie so lange die Ungelechtse. Wessel ist der Topf. Okay, Kanate. Kommt ihr nicht zu gut an. Ach so, nach. Na, na. Ich denke, hast du das schon gemacht. Boah. Ich bin unterwegs. Aber richtig im Tropfen hat der Ohne. Mit seinem Ding, Gott sei lang. Boah. 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 Wie war das Blendenaste? Du blenden mit Fehl. Boah. 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 Wie war das Blendenaste? Boah. 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 Geben wir hier die EMP. Boah. 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 Rutschen, finde ich gut. Oh. Okay. Ralf Schuss ist natürlich nicht so geil. Lass uns mal die Handkern nehmen. Was ist eigentlich mit ihm da? Ich verstehe jetzt den Blendbefehl nicht. Okay, geil. Der Blendbefehl ist jetzt nicht so geil. Nee, komm, ich kann mal sagen. Ja, okay. Oh. Da drüben. Okay, war... Oh. Ha. Ja, genau. Nicht getroffen oder was. Ich weiß nicht, ob hier ein Auto eben drin ist oder so, aber... Okay, war der, die, die, die Gute. Die scheint wohl hier ein bisschen öfters genutzt zu werden. Okay. Ah, Moon. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Oh. Wo sind sie hier? Die Mucke dazu vor allen Dingen, ey. Der DJ macht echt einen schönen Tag am Ritter. Okay. Und wo? Ah, von da. Okay. Bein Atem. Keiner mit. Die guten Staff. Okay, okay, okay. Und wo? Okay, hast du? Wie kommst du ja nicht runter weiter? Aber auch nicht voll, ne? Ist immer nur ein bisschen. Von Adek bis zum Mermi gehabt. Und wie kann ich runter jetzt, verdammt? Und gut. Feindrückt vor. Da. Okay. Okay, sehr gut. Äh, wie komm ich jetzt hier runter? Komm ich hier runter. Hä? Okay, warte mal. Was ist denn da drüben? Ach so, warte mal. Doch, hier von irgendwo. Hier war das da, oder? Nö. Hä? Wo sind... Sind meine Gambits? Die sitzen da. Nein, Sir. Habe ich gerade verstanden. F-2-Weigerung, oder was? Vielleicht kommt der hier rüber. Hier rüber, spring. Muss der hier. Irgendwo muss der hier runter. Geht's hoch. Okay, da komme ich hier. Okay. Da führte ich Ihnen einen Plan, wie man runterkommt hier. Lugo, oder so. Nö, was? Oh, ah, hier. Das ist schlecht. Oh, 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 oh. Das musst du erreicht haben, oder? Oh, oh. Ja. Heute bleibt alleine hier. Okay. Sie bewegen sich. Ziemlich viel Baller hier, einfach nur. Oh, shit. Und die Zorn alle. Wow. Wow. Oh, 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 oh. Ich bin fast tot, johin. So, war das hier mit euch los? Okay. Der muss down. Können wir jetzt rüber springen? Nee, mach ich nicht. Nee, nee, nee. Granaten hab ich noch. Das ist fool. Okay. Landgranaten nochmal. Schössi. Okay, AK-47. Äh, ja. Ja. Ja, gut. Nee, Schuss, Bär. Das ist scheiße. Ja. Oh. Sie bewegen sich. Boah. Boah. Hier ist Mun. Mun, 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 mun. Ja, warte nochmal. Äh. Ach, hier muss ich gleich. Folgt mir. Meine. Furchtlosen Krieger. Okay. Oh. Oh, entschuldigung, 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 entschuldigung. Hoi, hast sag ich ja. Nun, warte doch mal. Ey, ganz ehrlich, ich hab hier auch ein bisschen was zu tun. Ist ja nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie gerade am Schrand hier... Und der ist gefraut. Hörselbt. Ah, ist der, das hat dann nichts mehr von mir. Zahn. Oh, so ein Ding hat ich runter hier. Das ist Lugol, ne? Ah, guck mal da rum. Okay. Oh. Tschüssi, Kowski. Was sag ich mit dir hier? Kann ich die Rumpalan eigentlich? Oh, kick. Pass mal auf. So, muss ich sowieso, wa? Mach ich. Oh. Boah. Ho, 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 ho. Alter. Ups. Komplett neue Läffe, Architektur auf jeden Fall. Scheiße. Ach, die haben wir noch gerettet gerade. Sind nicht so sehr, nicht so gerne gesehen, wie ich sie hier. Aber kann man die auch nicht verübeln, weil ich meine, wir haben ja gerade einfach mal komplett die Gebäude irgendwie zerstört. Misshandinflusst. Und, ja. Ich denke nach, was wir jetzt machen. Willst du nicht deine Gedanken mitteilen? Tja, nach Lage der Dinge glaube ich, es gab Kämpfe innerhalb der 33. Naja, und die Sieger? Verschlossen zu bleiben und Dubai zu übernehmen. Liegt nach Chaos. Ist es auch. Die CIA war der Weißvielang hier, um aufzuräumen. Lang genug, um zu wissen, was in dieser Stadt vorgeht. Auch was mit Conrad los ist? Genau. Wenn wir die CIA kontaktieren können, finden wir auch Con. Oh mein Gott. Was ist? Ich krieg hier was rein. Das müsst ihr euch anhören. Lass mal hören. Ihr Name, der ihre Einheit. Das reicht, Ugo. Ja, Sir. Könntest du das Signal orten? Schon passiert. Kommt von da drüben. Okay, alles klar. Und den werden wir in der nächsten Folge hoffentlich befreien. Das wäre mir ein innerliches Blumenpflücken. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Schönen Dank für das Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge Speckopslein wieder. Ja, unterstützt diese Projekte und lernt mit meinem Like oder mit einem kleinen Abonnement von diesem Kanal. Vielen Dank für das Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis neulich.